Hallo, ich bin Sebastian von FotoTV und wir sind heute hier bei Steffen Petrat und drehen für euch ein paar Videos. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ihn hier schon sitzen habe, Steffen, du bist seit sechs Jahren, bist du für uns aktiv als Fotograf bei FotoTV. Und wir holen uns regelmäßig Tipps bei dir, aber fünf kleine Tipps, die du einfach mal so raushauen kannst, was wäre das? Da würde ich als erstes sagen, erst mal auf den Hintergrund achten, als erstes. Das heißt, wenn ich mir ein Bild aufbaue, bei einer Reportage, bei einer Szene, dann achte ich als erstes auf den Hintergrund. Das heißt, ich möchte ein schöner Hintergrund, Unschärfe meistens haben, das heißt, das Bild ist dann auch unscharf, der Hintergrund wird unscharf, weil ich meistens einen Protagonisten und eine Protagonistin im Bild habe. Und das heißt, das allererste ist für mich der Hintergrund, den suche ich mir. Das heißt, du achtest nicht nur auf Farbe, sondern auch auf die komplette Gestaltung und wie das zur Person passt, die da vorne steht. Genau, es geht ums Thema, was bearbeitet wird. Und dazu suche ich dann den passenden Hintergrund, wo die Proportionen stimmen, wo die Farben stimmen, der nicht zu ruhig ist, nicht zu laut ist, der einfach gut dazu passt. Als People-Fotograf ist es natürlich bei dir so, dass du wahrscheinlich eher ruhige Hintergründe bevorzugst. Was für eine Situation, wo du sagen würdest, da brauche ich jetzt einen wilden, hektischen Hintergrund? Nee, das ist tatsächlich themenabhängig. Also der darf auch wild sein, der darf auch laut sein. Ich habe auch sehr viel Störer in meinen Bildern. Also das heißt, wenn du durch meine Reportagen durchschaust, wirst du selten cleane Bilder im Sinne von Corporate-Fotografie finden, sondern es sieht immer eher aus, als wäre das eine Reportage auch in dem Moment. Und ich fotografiere meistens die Szenen so, wie ich sie vorfinde. Das heißt, bei mir wird kein Mülleimer im Hintergrund weggeschoben, kein Karton verrückt. Ich lasse das ganz gerne so, wie es ist, weil die Bilder auch dadurch so an Glätte verlieren. Die bekommen was Authentisches, die bekommen was Echtes. Meine Protagonisten sind auch meistens echte Leute, also keine Modelle. Und das hilft das auch wirklich, diese Echtheit und diese Authentizität zu erhalten. Du hast bei uns im Programm eine ganze Serie zum Thema Kamerabasics. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist der Tipp, den kriegen Einsteiger in die Fotografie oder auch ambitionierte Fotografen viel zu spät? Naja, sind wir jetzt beim zweiten Tipp. Das Inverse Square Law. Das ist so der Meilenstein, der mir das Handeln von Available Light in Zusammenarbeit mit Blitzlicht viel, viel gebracht hat. Also die Tatsache, dass das Licht im Quadrat abnimmt, wenn ich den Abstand verändere, von der Lichtquelle zum Modell und dadurch unheimlich viel Spielraum habe, was die Helligkeit, Steuerung von meinem Hauptlicht auf dem Motiv oder auf dem Modell und dem Hintergrundlicht variieren kann. Mittlerweile ist es wahrscheinlich schon so, dass du es mit bloßem Auge siehst und sagst, okay, jetzt hier noch einen Meter zurück und ich weiß ganz genau, ich bin bei Blende XY. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich tun muss, um den Hintergrund dunkler zu bekommen oder heller, je nachdem, was ich haben will. Und wie ich mit den Abständen von den Leuten zum Hintergrund und von dem Licht zum Motiv handeln muss. Guter Tipp. Guckt euch das gerne nochmal zwei, drei Mal in der Serie an, dann habt ihr es auch besser verstanden. Nächster Tipp. Tipp 3. Gibt es irgendwas, wo du sagst, im Model Handling, auch da an der Serie mit dir? Ja, Tipp 3 wäre, Schritt für Schritt vorzugehen und sich immer nur um eine Sache gleichzeitig zu kümmern, weil ich habe gemerkt, ich bin nicht multitaskingfähig. Also mache ich alles, mache ich immer nur eine Sache gleichzeitig. Das heißt, wenn ich mich um die Kameraeinstellungen kümmere, kümmere ich mich ausschließlich um die Kameraeinstellungen und nicht um Modell, Hintergrund und Licht etc., sondern wirklich nur um das, was mit dem Gerät passiert. Zusatztipp dazu, das kommuniziere ich auch sehr, sehr deutlich mit meinen Leuten, die vor der Kamera stehen, damit die wissen, dass sie jetzt noch nicht arbeiten, lächeln, performen oder sonst was machen müssen, sondern sich entspannen können. Generell, das wäre wahrscheinlich dann auch ein guter Tipp zu sagen, die Kommunikation am Set mit dem Model, damit das Model sich nicht verloren fühlt. Sagst du auch in der Serie, ist eine der wichtigsten Sachen, damit nämlich da auch die Kommunikation zwischen Fotograf und Model, die Chemie nicht nur stimmt, sondern auch die Laune gut bleibt. Genau, das mache ich sehr transparent und da es bei einem Fotoshoot viele Sachen gibt, die einen ärgern oder die noch nicht richtig funktionieren, ist es umso wichtiger, dass ich kommuniziere, dass es nicht an der Person vor der Kamera liegt, sondern an mir und meinem technischen Unvermögen in dem Moment. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und ja, noch ein Tipp, einen noch. Ja, ein Tipp für die Eventfotografinnen und Fotografen, das habe ich am Anfang gemacht, ist, gucken, was die Profis tun. Das heißt, wenn ihr bei irgendeiner Veranstaltung seid oder bei einer öffentlichen Sache oder bei einem Event von öffentlichem Interesse, nur um zu üben vielleicht, bei einer Demo, bei irgendeiner Kundgebung etc. Da so waren das meine Anfänger bei der Eventfotografie. Dort waren auch oft Profis von Bildagenturen, zum Beispiel von der DPA. Und wenn ihr so jemanden seht, dann hängt euch dran und schaut, welche Bilder die machen, denn die liefern in kürzester Zeit die geilsten Bilder von solchen Events und von solchen Reportagen und Veranstaltungen. Die sind irre schnell und die sind sehr präzise und on point und voll da. Und das wäre der Tipp. Augen aufhalten, wo sind die Profis und genau da hinstellen und erst mal anfangen, genau die gleichen Bilder zu machen. Der Rest kommt dann mit der Zeit, dass sich da eine eigene Bildsprache draus entwickelt. Sehr gut. Und wenn ihr noch mehr Tipps von gestandenen Profis haben wollt, dann schaut doch einfach bei FUTETV.de vorbei. Dort haben wir über dreieinhalbtausend Filme im Programm, unter anderem mit Steffen und ganz viele tolle Tipps, die euch in der Fotografie weiterbringen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!